Hallo meine Lieben, heute eine ganz neue Geschichte, wie ihr hinter mir sehen könnt, Herzwelle, Liebe, Lebe, Lache. Ein neues Format auf Schweiz 5. Was wollen wir damit erreichen? Im Außen, alle Menschen sind bedrückt, alle Menschen sind in der Angst, alle Menschen haben irgendwelche Panikgedanken im Kopf, dass alles schlecht läuft und dass sie krank werden und was auch immer. Dem wollen wir entgegenwirken und zwar auf der Herzensebene. Deswegen Herzwelle. Was wollen wir? Tolle Beiträge, die Sie machen mit Ihrem Handy. Achten Sie darauf, wenn Sie uns die schicken, Querformat. Nicht Hochformat, Querformat. Warum? Das Fernsehen hat auch Querformat, sonst haben Sie immer diese schwarzen Strichen an der Seite. Machen Sie Aufnahmen mit Ihrer Familie. Singen Sie was. Tragen Sie ein Gedicht vor. Lesen Sie einen tollen Text vor. Schicken Sie uns tolle Texte. Musizieren Sie gemeinsam. Singen Sie zur Musik. Machen Sie Dinge, die unser Herz erheitern. Wir würden gerne die positiven Messages, die Sie an die Zuschauer geben wollen, die Sie an Ihre Freunde geben wollen, die würden wir gerne 30 Minuten täglich. Am Ende der kleinen Informationen sehen Sie auch die Sendezeiten und auch noch den Open, wir zeigen, wie das aussieht, wenn die Sendung beginnt. Sie schicken alle Beiträge an herzwelle at schweiz5.ch. Die blenden wir auch ein, die E-Mail-Adresse. Ergo freue ich mich auf viele positive Beiträge. Die können Texte sein, selbstgemachte Videos, gefundene Videos. Achtung, Urheberrecht müssen wir Ihnen erklären. Es dürfen nur Ihre Beiträge sein und es dürfen auch in dem Beitrag keine Musik und keine Fotos sein, wo ein anderer das Urheberrecht hat. Achten Sie bitte darauf, weil wir wollen ja nicht, dass Sie Ärger kriegen, sondern dass wir unser Herz erfreuen. Ich freue mich auf viele Beiträge von Ihnen. Sagen Sie uns auch dazu, ob Sie Ihren Namen genannt haben wollen. Auch da achten wir auf Ihre Persönlichkeitsrechte. Ich freue mich auf den Kontakt und ich freue mich auf viele tolle Beiträge. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.